Am Kamp, einem Zufluss der Donau, stellt sich die Feuerwehr auf ein Jahrhunderthochwasser ein. Sandsäcke werden abgefüllt. Bis Montag könnten noch mal 200 Liter Regen pro Quadratmeter dazukommen. Einige Ferienhäuser sind bereits geräumt. Bewohner bereiten sich so gut wie möglich auf die vorhergesagten Fluten vor. Welche Befürchtungen haben Sie derzeit? Dass das Wasser so hoch steigt, dass das über die Stelzenhöhe hinausgeht in Deckenhöhe. Das wäre böse. Das ist neu gebaut praktisch. In Linz steht der Hochwasserschutz bereits seit gestern. In den Einsatzzentralen ist man auf alles vorbereitet. Wir gehen auf der einen Seite vom Worst-Case-Szenario aus, vom schlechtesten Szenario. Niederösterreich, ähnlich wie Bayern, ein großes Bundesland. Wir haben 1700 Freiwillige Feuerwehren, auf die wir hier mit fast über 100.000 Mitgliedern zurückgreifen können. Freiwillige Feuerwehren sind immer in Einsatzbereitschaft. Auch in Österreichs Nachbarländern, wie hier in Slowenien, hält der Dauerregen die Menschen in Atem. Erste Überflutungen. Die Reka schwillt zu einem reißenden Fluss an. Innerhalb von nur zwei Stunden. Und es soll weiter regnen, beziehungsweise schneien, wie hier im Westen Österreichs. Die Feuerwehr ist mehrere hundert Male im Einsatz, muss Bergstraßen von umgestürzten Bäumen befreien. Einzelne Straßen und Zugstrecken sind bereits gesperrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017